so dann braucht man einen neuen auftrag graz bitteschön nach kiel ist nicht so weit bringt aber richtig kohle kann man eigentlich 73.000 ja dann nehmen wir den doch fertig zum losfahren da geht es runter alles klar biege nach links ab so dann schlagen wir mal auf 50 tempomat rein bleiben wir links beziehungsweise rechts er kauft schlafen müssen moment das erledigen wir vorher kein problem ich finde eine neue route ok lasst uns eine neue gute neue berechnen so so So, ich bin aber dafür, dass du dir erst noch ein bisschen... ...eben die Fragezeichen abklappern. Wenn wir schon mal hier sind. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Kein Problem, ich finde eine neue Route. So, jetzt haben wir die Jobagentur. Immer geradeaus. Okay, lass uns eine neue Route finden. Biegen nach links ab. Biegen nach links ab. Biegen nach links ab. Biegen nach links ab. Keine Warnung, dass ich zu schnell bin. Biegen nach links ab. 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 Vielen Dank. 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 Und dann rechts abbiegen. Machen wir glatt. Immer geradeaus. Ja, madame. 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 Ja, jetzt, ja, madame. Ja, madame. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Ja, madame. 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 down, madame. Und dann, madame. Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Auf nach Italien. Ich bin ja mal gespannt, wann die erste Version der Pro Mod für den ATS rauskommt. Da sind die ja jetzt auch dran. Okay. Trüppelach, das ist ja mein Name. Ich glaube, hier schalten wir mal lieber 75 wieder runter. Hier im Gebirge. Hier im Gebirge. Hier im Gebirge. Hier im Gebirge.